Ja, Georg Diegruber mit einer kurzen Info-Tagesheilheit des heutigen Tages. Wir sind bei Herrn Klaus Fronius Schlattbauern-Gut. Der Herr Fronius steht für die Vision 24 Stunden Sonne und wird bei dem Kongress das Thema Erneuerbare Energie dastehen. Und da haben wir enorm viele Ressourcen, ermutigendes Gespräch, hoch motivierend. Karl Forcher ist dabei aus unserem Team. Und am 6. Oktober haben wir den Workshop und der große Kongress dann am 14. September 2019 in der Salzburg Arena. Da werden wir dann zeigen, was wir im Thema Energie, erneuerbare Energie für die Ressourcen haben. Und der Herr Fronius ist ein großer Schatz, der bei dem Projekt mitwirkt. Das als Tagesheilheit des Tages.